Jetzt sitzt ihr hier alle im Kreis, okay Bruni steht und Mac Mac, so guckt ihr euch alle an, was hier aus dem Kartchen rauskommt. Kartchen, die haben sich hier Wautz für Wautz versammelt, die finden es alle sehr spannend. Guck mal, das war jetzt erst eine Po-Hälfte. Könnt ihr noch ein bisschen weiter zu gucken, wird noch mehr spannend. Das machst du ganz toll. Ja, jetzt machen wir noch die andere Po-Hälfte, na, jawoll.